Wenn ich einem Mann gegenüber sitze, der mir dann erzählt, wie er seine Frau geprügelt hat und die mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat und die hat dann einen doppelten Jochbeinbruch. Das ist natürlich etwas, was schwer auszuhalten ist. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass man sich davor nicht fürchtet, auch als Therapeut nicht fürchtet, das anzusprechen und das auszuhalten, wenn dann tatsächlich die Antwort kommt, wie das passiert ist. Also ich heiße Alex Hayden, ich bin 54 Jahre alt, ich bin Psychotherapeut und arbeite seit 14 Jahren in der Männerberatung Wien. Hi Alexander, schön, dass du da bist. Was ist dein Fachbereich? Mein Fachbereich ist Gewalt. Ich arbeite hauptsächlich mit Männern, die gewalttätig sind, sowohl sexuell gewalttätig als auch körperlich gewalttätig und im Speziellen bei Gewalt in der Familie. Welche Männer gehen in die Männerberatung? Vollkommen unterschiedlich. Also es gibt keine Typologie oder keinen Typus von Mann, der zu einer Männerberatung geht. Es gibt natürlich Männer, die antisozial oder psychopathisch veranlagt sind. Unsere Klientel ist zu 99 Prozent, das sind Männer aus allen Lebenslagen, in allen Gesellschaftsschichten, aus allen Berufsgruppen, aus allen ethnischen Gruppen, aber auch gerichtlich verurteilte Männer, die bedingt verurteilt werden. Die Strafbestände gehen von Nötigung, gefährliche Drohungen, Körperverletzungen. Wie einsichtig sind denn die Männer? Viele haben am Anfang keine Einsicht, dass überhaupt ein Problem besteht. Also da sind dann Frauen schuld, die anderen sind schuld. Es war gar nicht so schlimm. Meine Frau bekommt leicht blaue Flecken. Also manchmal kommen Männer zu mir, die sagen, ich wusste nicht, dass ich meine Frau nicht schlagen darf. Ja, das mag schon sein. Und das war tatsächlich, also bis Mitte der 70er Jahre war es in Österreich, hat es das Züchtigungsrecht des Mannes in der Ehe gegeben. Das heißt, eheliche Gewalt war gesetzlich verbrieft. Das war nicht einmal nicht verboten, sondern das ist explizit erwähnt worden. Gibt es Männer, die sich nicht sofort helfen lassen wollen? Alle sind trotzig. Wir nennen das nicht trotzig, wir nennen das Widerstand. Ich muss irgendwas an diesem Mann finden, mit dem ich anknüpfen kann. Eine gemeinsame Leidenschaft für irgendeinen Sport, eine Parallelität in der Biografie. Wenn das gelingt, dann gelingt auch die Therapie. Wenn das nicht gelingt, dann wird die Therapie nicht erfolgreich sein. Wie kann man sich eine Therapie vorstellen? In Gewalt in der Familie Gruppen, wir nennen das Trainingsprogramme. Da sitzen zwischen vor Corona-Zeit zwischen 8 und 12, jetzt in der Corona-Zeit zwischen 4 und 6 Männern und zwei Gruppenleiterinnen, immer gemischgeschlechtlich, um einfach auch unmittelbar auf dieses Rollenbild und diese Gender-Thematik aufmerksam zu machen. Ich sage ein Beispiel. Ein Mann erzählt mir, ja, aber ich habe die Frau ja nur kurz geschubst. Ich bitte an den Mann aufzustehen. Im Idealfall ist das ein 1,90 Mann, der hat 120 Kilo. Meine Kollegin, die mit mir die Gruppe leitet, hat, ich weiß nicht, 55 Kilo oder so, ja, ist 1,65 und ich stelle die zwei nebeneinander. Der Rest der Gruppe schaut nur groß und sagt, aha, du hast sie nur geschubst. Was glaubst du, was passiert, wenn du diese Frau jetzt schubst? Die fliegt drei Meter gegen die Wand, ja, und bricht sich alle Rippen. Wie gehst du mit extremen Gewalttätern um? Also wenn ich einem Mann gegenüber sitze, der mir dann erzählt, wie er seine Frau geprügelt hat und die mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat und die hat dann einen doppelten Jochbeinbruch. Das ist natürlich etwas, was schwer auszuhalten ist. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass man sich davor nicht fürchtet, auch als Therapeut nicht fürchtet, das anzusprechen und das auszuhalten, wenn dann tatsächlich die Antwort kommt, wie das passiert ist. Vielen ist nicht klar. Wer sagt, wenn mich mein Mann schlägt, bin ich sofort weg und ich verstehe gar nicht, warum meine Frau überhaupt jetzt ein Mann geblieben ist. Wenn man aber weiß, dass viele Frauen ihre Bankomatkarte abgeben müssen, dass sie ihr Wechselgeld zurückzahlen müssen vom Einkauf, dass Männer ihre Frauen möglicherweise auch mit Aufenthaltsstatus unter Druck setzen können, dann weiß man, dass es gar nicht so einfach ist, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen. Wie kann Gewalt in der Familie verhindert werden? Es gibt eine große, große Anzahl von Gewalt in der Familie Fälle in Österreich. Und jeder Femizid ist natürlich einer zu viel, aber das ist leider nur die Spitze des Eisbergs. Und wir werden Femizide nur verändern können, wenn wir an gesellschaftlichen Themen arbeiten. Und das Stichwort ist ein ganz simples und das lautet Gleichstellung. Wenn sie in ihrer Lohnarbeit verentlohnt werden, wenn es nicht einen Equal Payday gibt, wenn Frauen auf derselben Ebene wie Männer agieren und auch in ihrem Selbstverständnis auf derselben Ebene, dann gibt es sozusagen kein Macht- und Kontrollproblem mehr. Das heißt, Männer versuchen in ihrem Weltbild, dass sie besser sind, weil sie Männer sind, versuchen diese Position zu verteidigen. Wenn aber irgendwann einmal es eine Gleichstellung gibt, dass sozusagen eine Frau eine Frau ist und ein Mann ein Mann ist und es keinen Unterschied macht, dann kommt es auf individuelle Faktoren an. Dann kann es sein, dass ich das eine besser kann und meine Frau kann das andere besser. Und beides ist gleich wertvoll. Was muss sich in den Strukturen der Hilfsangebote ändern? Was es jetzt noch braucht, ist, diese einzelnen Lösungen, Insellösungen, sage ich immer dazu, auch zusammenzufügen in einem gesamten Kontext, das viel mehr vernetzt gearbeitet wird. Also ich sage ein Beispiel. Männer müssen zu einer Beratungsstelle für Gewaltprävention, wenn sie ein Betretungsverbot erhalten. Aber diese Beratungsstelle für Gewaltprävention darf sich nicht mit dem Frauenhaus oder mit der Interventionsstelle vernetzen, weil der Mann zustimmen muss, dass diese Vernetzung erfolgt. Das halte ich für absoluten Schwachsinn.